Ja, hi! Willkommen, mein Name ist DanielP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge sollten wir uns hier auf zum Schloss machen, haben aber noch ein paar Nebengespräche und was weiß ich alles erledigt. Haben noch ein bisschen mit Carla, Carla? Ja, Carla geredet. Und mit Wingull und mit... mit gar keinem mehr. Mit Musete und was weiß ich. So, Gaios. Lass mich irgendwo hinfliegen. Ja. Dafür extra so eine Szene. Was tun die Rache-Gall-Szene hier? Ich zutze sie hier, obwohl es weniger kam, als ich hoffte. Ah, sieht aus wie auch Ivor hier ist. Das Böde. Er hat seine Begegnung an Nierkeira abgeben. Ja, mit Ihnen an unserer Seite kann ja nichts mehr passieren. Das Böde. Ja, vielleicht ein paar Worte. Das Böde. Das Böde. Das Böde. Das Böde. Das Böde. Ja. ja was ab geht's das marokka mucke und moser chip kann ich nicht hochladen wurde beschmutzt nach der 2 ich sehe nicht ich will sie finden das ist Hier bist du. Ich habe dich recherchiert. Geht, wenn ich dich mit dir? Klar. Es ist lustig. Ich konnte soar so wie das, wenn ich wollte. Aber ich bin nicht sicher, dass ich das Gefühl habe, wie schön der Welt ist, bis jetzt. Ich denke, dass ich es für mich genommen habe. Hey, Mila? Wir haben das vorhin gesprochen, aber wenn diese Krieg ist... Ja? Na eigentlich nicht. Ich verstehe. Jude, es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Es geht um mich. Um wer wirklich bin. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich habe nie gedacht, dass das passieren würde. Aber im Endeffekt habe ich dich lieb. Hey, Leatherboy! Geh hier! Was bedeutet das, dass du liebst? Nichts. Ja. Sie kenne dich. Du sollst gehen. Wir können das ein bisschen später machen. Okay. Okay. wie man hier sowas ankündigt. Oh, ist das... Oh, ist das... Oh, ist das... Man kann doch nicht einen Rückzieher machen, nachdem man schon sowas ankündigt. Ah, das habe ich schon den Tests auf der App ist gehasst. Ich bin dein Vater. Was? Nichts! Ich glaube, ich habe die Szene ein bisschen ruhen. Entschuldigung. Was ist das? Was ist das? Schau, wer ist jetzt groß und zufrieden? Wir haben das in Aethra gefunden. Also, es ist Zeit. Schau! 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 Sie sagten, eine ganze fleet of flying battleships is gathering around the Zenithra. Was? Dann holen wir die um! Problem gelöst! Was? Was war das? Was war das so? Es war einfach so die Lampen von Kresnik, nicht wahr? Es war nicht so, dass diese Anethra es die eigene Realität ist. Und ich denke, dass sie eine andere Knie in die Schifte, hast du recht. Du bist ja. Insofern keine Schäte konnten diese Zeit nachdenken. Vielleicht haben die Männer nach nach Olympia gesammelt. Es sieht aus, dass du ein Fahrzeugplan, Thierry, war richtig. Es scheint, dass ich nur richtig bin, wenn ich ein schlechtes Szenario spreche bin. Entschuldigung! Hahaha! Na dann, schau mal da! Anwärtsgeräusche, alle! Oh Gott! nein die aliens also macht zur platt los gar nicht übernimmt 100 und wie den rest und im park ich konnte nicht trainieren nicht zu schwer sein oder ganz wichtig dass ich den einsetzen man kann auf elfen gewechselt material ich brauche mit realen ich habe keine einzigen materialien okay bis auf 34 kein problem kein schwein versteht was ich sage was kann denn schon schlimmes passieren Was ist das? 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 Wir haben einen Stopp to their plans right here. Unsere target sind Giland and the Lance of Kresnik. Nein, gewählte ich. Hey, bleib aus unserem Weg! Aber natürlich, ich werde mit Gaius' kräftigen. Was? Denkst du, du kannst Gaius' Schoen in der Chimiriad füllen? Egal. Der Blick hat schon alles gesagt. Hm? So geil. Aber ich werde es schlafen lassen. Al. Was? Versuch nicht, zu sterben. Let's go. Okay. Shoot kann sich nicht mehr mit dem Musée verbinden. Okay. Ähm. Dann werde ich ihn öfter eingesetzt. Haben wir meinen Laden. Und an Bord der Sinatra. Da. Alvin, kannst du den Weg gehen? Sorry, kid. Ich weiß nicht den Weg. Gilland und ich wirklich nicht zusammenkommen. Es ist 20 Jahre, seit ich hier bin. Du immer schlafen, wenn wir uns die meisten brauchen. Ah, mach mal ein bisschen. Ich sage es dir. Wenn wir die Celsius-Karte sehen, ich sie runterfüllen. Du sagst, du willst zu killen Gilland. Oh. Ich? Ich kann mich nicht glauben. well if you do remember anything let us know okay okay ja ich würde mir vielleicht mal wieder ein gericht rein ballern hat es auch gleich schon wieder vorbei nehmen wir erst mal das hier erst mal ja erst mal das riesige dingen genau so dann würde ich sagen ich beende den part hier und wir sehen uns dann im nächsten part von let's play tales of xilla ich bedanke mich für zuschauen und sage tschüss ja